Ja, hallo und ein ganz herzliches Willkommen zu einem kleinen Spezialvideos und zwar habe ich gestern die 1000 Abonnenten geknackt und ich wollte mich bei euch nochmal recht herzlich bedanken also das ist der Wahnsinn, ich bin echt sprachlos, Fall nochmal der Barry, vielen Dank, er hat mir dieses Bild geschickt und ich konnte selber kaum glauben, YouTube wollte mir das sagen, ja du hast noch 995 Abonnenten aktuell aber er sagte mir dann, dass ich das Ganze noch aktualisieren muss und das stimmte wirklich also danke für den Hinweis und danke, dass du es für mich herausgefunden hast also ich war ehrlich gesagt ein bisschen geschockt gewesen, weil ich habe das gar nicht richtig mitgekriegt und ja, vielen Dank, ja, jetzt, ich bin ehrlich gesagt sprachlos deswegen wird es auch eine 1000 Abonnentenspeche geben das wird zwar nicht diese Woche kommen, aber nächste Woche erst und ja, könnt ihr schon mal freuen auf das große Abonnentenspeche denn ihr seid mal wieder gefragt, ja und zwar geht es darum auf meiner Website könnt ihr bis zum 1. August 2016 abstimmen, was ihr gerne sehen wollt Link ist natürlich in der Beschreibung und hier könnt ihr euch auswählen, welche Strecke ihr im TS sehen wollt es ist sehr viel ihr könnt maximal 2 auswählen mehr nicht und dann könnt ihr entscheiden, was ich auf welcher Karte ich um die 2 fahren soll ihr könnt auch maximal 2 auswählen also das sind hier halt die meisten Karten, die ich noch nicht Let's Played habe ein paar sind schon dabei, aber hier sind einige dabei, die ich gar nicht gefahren bin und ihr könnt natürlich auch aussuchen, mit welchem Bus ich fahren soll hier habt ihr sehr viele Auswählmöglichkeiten dafür habt ihr bis zum 1. August Zeit, euch das ganze hier abzustimmen, was ihr gerne sehen wollt und die 2 besten Stimmen werden dann im Abonnentenspeche gezeigt diesmal ein bisschen anders, nicht wie beim 5-jährigen Jubiläumsspeche die 2 besten Trennsamilater-Strecken, die ich dann zeige, werden nur 1 Aufgabe enthalten also 1 Aufgabe pro Strecke genauso wie bei OMSI 2, die 2 besten Karten werde ich nur 1 Linie zeigen und dann halt die 2 besten Busse warum nur 1 Linie oder 1 Aufgabe pro Strecke, das liegt daran, weil ich das ganze nicht zu lange machen will also es wird schon so sehr lange gehen, also das kann ich euch schon mal versprechen ähm, ja wie gesagt stimmt ab und am 1. August gibt es dann ca. 18 Uhr das Video, was ich dann zum 1000 Abonnentenspeche zeige also, abstimmen lohnt sich, denn deine Stimme zählt so, dann eine kurze Info für Samstag ab ab 11 Uhr, denn dort gibt es das große Train Simulator 2016 plus OMSI 2 Jubiläumsspeche das heißt, wir feiern 5 Jahre Trainums-TV und da könnt ihr gerne einschalten und ja, lasst euch überraschen denn wir werden sehr, sehr, sehr viel Zeit brauchen also die Folge geht denn sehr, sehr lang und ja, wie gesagt Samstag ab 11 Uhr die große Jubiläums-Folge schaltet ein denn es lohnt sich wirklich und das heute Infovideo kommt, dass ich über 1000 Abonnenten-Special rede hätte ich nie gedacht, weil ich bin gerade beschäftigt wegen der Jubiläums-Folge weil genau heute vor 5 Jahren ist dieser Kanal online gegangen und ich hätte mein Leben nicht gerechnet, dass ich in diesem Jahr die 1000 Abonnenten knacke also vielen herzlichen Dank und mir fehlen immer noch die Worte weil das so geil ist also vielen herzlichen Dank dafür und ja, wie gesagt Dankeschön ja, wie gesagt Montag also bis nächsten Montag habt ihr die Chance abzustimmen für das 1000 Abonnenten-Special und dann gibt es nochmal ein Infovideo wie ja, was kommen wird und da werde ich auch erzählen wann die wann das Abonnenten-Special kommt ja, und wie gesagt am Samstag einschalten ab 11 Uhr Let's Play Chwenn-Summern 2016 plus umzu 2 5 Jahre Chwenn-Omsi-TV die große Jubiläums-Folge einschalten lohnt sich und ja es lohnt sich einfach also wie gesagt vielen Dank an euch allen ich bin immer noch sprachlos also Dankeschön ja, das war's eigentlich schon vom Infovideo und ja ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Montag wo dieser Montag heute verflucht ist ja also sehr grau hier und ist es sau warm also furchtbar gut hmm wir sehen uns dann morgen dann zum Omsi-2-Tutorial da kommen morgen zwei Folgen und Mittwoch kommen dann ein paar Spezialfolgen und Folge 104 ja ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen Tag also macht's gut euer Chwenn-Omsi-TV Tschüss